Oh, stopp! Haben Sie wirklich vor, unschuldige Menschen umzubringen? Sie sind nicht unschuldig und Sie wissen das genau. Hubschauber in den Dschungel, in den Dschungel! Du musst diesen Leuten helfen. Wenn ich ihnen helfe, werden viele andere sterben. Der Kampf gegen die Diktatur des Bösen ist von gnadenloser Härte. Das ist das Ende von Carrasco. Schnapp ihn! Ich schätze, Sie haben wieder mal versagt, General. Schluss jetzt! Gehen Sie, General! Wir sprechen uns noch. Profi Louis Collins mit seinen knallharten Söldnern im Kampf ums Überleben. Kommando Leopard. Und was glaubst du passiert, wenn du deinen Krieg gewonnen hast, Henrique? Mach mir doch einen Vorschlag. Sag es, bevor du dich für immer verschluckst! Ich verstehe! Sie stehen auf der falschen Seite, das ist es. Glauben Sie wirklich? Ja, der Leopard ist so gut wie tot. Weg! Los, los, vorwärts! Kommando Leopard. Knallharte Söldner in tödlicher Mission. Kommando Leopard.